Wenn der PD9 wiederkommt, muss ich es echt mal ein bisschen öfter zocken. Ein bisschen mehr Luna. Ah, wir können die Dinger mal aktivieren hier. Wenn es jemand hat. Lol. Erik? Erik? Hallo? Hä? Was ist falsch? Wasser lebt noch. Hä? Hä? Das war nicht so... ... der richtige Platz? Hä? Das war nicht so... ... der richtige Platz? Nichts mehr. Boah, Kai. Jetzt gibt es wieder allerlei. Ich heiße Kai. Und... Ich bin so breit. Ich bin rechts leicht. Boah, ich liebe die Stempfer. Ich würde die mal neu gerollt bekommen. Alter, der hat mich gekillt. Ich hab... ... der flach. Au. Oh mein Gott, 20er-Streak.